Wir erinnern heute anlässlich des 100. Geburtstages an eine Ikone des Widerstands gegen den Nationalsozialismus an Sophie Scholl. Sophie Scholl, am 9. Mai 1921 in Forchtenberg geboren, war Mitglied der studentischen Widerstandsgruppe Weiße Rose. Als Adolf Hitler am 30. Januar 1943 zum Reichskanzler ernannt wurde, waren Sophie und ihr Bruder Hans noch Schüler. Hinter den Mythen über die junge Widerstandskämpferin entdecken wir eine Kindheit, die behütet war in einem bildungsbürgerlichen Haus. Eine christliche, streng pazifistische Erziehung. Sophie und ihr älterer Bruder waren empfänglich für die Parolen der Nationalsozialisten. Sie begeisterten sich für das Ideal der Gemeinschaft und waren beide sehr engagiert. Hans in der Hitlerjugend, Sophie im Bund deutscher Mädel. Bei Sophie kam es zum Bruch mit dem Nationalsozialismus, mutmaßlich mit dem Einmarsch der Deutschen in Polen im September 1939. Denn sie konnte nicht begreifen, dass nun dauernd Menschen andere Menschen in Lebensgefahr brachten. Sie fand das einfach entsetzlich. 1940 schloss sie die Medienoberschule in Ulm ab. Mit dem Abitur machte eine Ausbildung als Kindergärtnerin. Anschließend musste sie ihren Reichsarbeitsdienst ableisten, entkrauchen wie es bei Sigmaringen. War dann kurze Zeit in einem Kinderhort im badischen Blumenberg. Bis sie dann endlich zum Sommersemester 1942 ihr Studium an der Universität München beginnen konnte. Und zwar studierte sie Biologie und Philosophie. Durch ihren Bruder Hans, der in München bereits zum Medizinstudium war, kam sie im Sommer 1942 in Kontakt mit der studentischen Widerstandsgruppe Weiße Rose, die ihr Bruder gemeinsam mit seinem Freund Alexander Schmorell gegründet hatten. Zwischen Spätherbst 1942 und Februar 1943 initiierte die Gruppe mehrere Flugblattaktionen, in denen sie zunächst zum passiven, dann aber auch zum aktiven Widerstand gegen das NS-Regime, seine Verbrechen, die Massenermordung von Juden in Polen, den Krieg in Russland mit seinen sinnlosen Opfern aufriefen. Das sechste und letzte Flugblatt entstand nach der Niederlage der deutschen Wehrmacht in Stalingrad Mitte Februar 1943. Wollen wir weiter einem Dilettanten das Schicksal unserer Armeen anvertrauen? Wollen wir den niedrigen Machtinstinkten einer Parteiklicke den Rest der deutschen Jugend opfern? Nimmermehr. Im Namen der ganzen deutschen Jugend fordern wir von dem Staat Adolf Hitlers die persönliche Freiheit, das kostbarste Gut des Deutschen zurück, um das er uns in der erbärmlichsten Weise betrogen hat. In einem Staat rücksichtsloser Knebelungen jeder freien Meinungsäußerung sind wir aufgewachsen. HJ, SA, SS haben uns in den fruchtbarsten Bildungsjahren unseres Lebens zu uniformieren, zu revolutionieren, zu narkotisieren versucht. Es gibt für uns nur eine Parole. Kampf gegen die Partei. Heraus aus den Parteigliederungen, in denen man uns politisch weiter mundtot halten will. Der deutsche Name bleibt für immer geschändet, wenn nicht die deutsche Jugend endlich aufsteht, recht und sühnt, zugleich seine Peiniger zerschmettert und ein neues geistiges Europa aufrichtet. Dieses Flugblatt ist vorbereitet worden am 13. Februar 1943. Es ist getippt worden auf einer Schreibmaschine und dann über Matrizen abgezogen worden. Wahrscheinlich etwa 3000 Kopien. Abends haben dann Sophie Scholl und die anderen, Hans Scholl, Christoph Probst, Willi Graf, diese Flugblätter in Briefumschläge gepackt, frankiert und auf der Grundlage des Münchner Studentenverzeichnisses tausend Exemplare adressiert sozusagen an Studentinnen und Studenten versandt. Dann sind ihnen aber die Umschläge ausgegangen. Sie hatten sozusagen mehr Flugblätter abgezogen, als sie Briefumschläge hatten. Und das kann man sehr schön jetzt an unserem Flugblatt sehen. Das ist nämlich eines der Flugblätter, die dann nicht mehr in Briefumschlägen verschickt wurden, sondern die zusammengefaltet wurden auf die Größe eines Briefumschlags, dann frankiert und hier mit einem Kleber zugeklebt. Da das allerdings sehr auffällig war, konnte man davon natürlich nicht allzu viele verschicken. Am Ende des Abends waren auf jeden Fall noch etwa 1000 Flugblätter übrig, die nicht verschickt worden waren per Post. Und am nächsten Tag, am 18. Februar 1943, transportierten Hans und Sophie Scholl in einem Koffer diese Flugblätter in den Lichthof der Münchner Universität, um sie dort auszulegen. Und das haben sie auch getan. Und dann geschah ein kleines Missgeschick, das viele, die Sophie Scholl-Spielfilme kennen, als so ein ikonisches Bild kennen. Auf der Balustrade liegt ein kleiner Stapel mit Flugblättern und Sophie Scholl kommt sozusagen daran und diese Flugblätter fliegen im Lichthof nach unten auf dem Boden. Und dadurch werden die beiden entdeckt vom Hausmeister der Universität und der sie dann auch stellt, mitnimmt und die Gestapo informiert. Und damit beginnt sozusagen das letzte Kapitel der Weißen Rose. Die beiden werden stundenlang verhört. In der Tasche von Hans Scholl befindet sich ein Entwurf des siebten Flugblattes, das ja nie mehr verschickt wurde oder entstand. Und das war verfasst von Christoph Probst. Und dadurch war Christoph Probst sozusagen auch aufgeflogen, wurde ebenfalls verhaftet, vernommen. Und nur vier Tage später wurden alle in einem Schauprozess vom Volksgerichtshof zum Tode durch das Fallweil verurteilt und noch am gleichen Tag um 17 Uhr im Gefängnis in München-Stadelheim hingerichtet. Sophie Scholl und die anderen Mitglieder der Weißen Rose wurden wegen ihrer Gesinnung mit dem Tode bestraft. Wer heute den Widerstand der Weißen Rose für parteipolitische Propaganda oder politischen Protest missbraucht, hat den Charakter des NS-Regimes nicht verstanden. Sophie Scholl und die anderen Angehörigen der Weißen Rose hätten niemals auf einer von der Polizei geschützten und angemeldeten Demonstration sprechen können. Es ist Geschichtsvergessenheit und es verhöhnt den Mut der Widerstandskämpferinnen während des NS-Regimes. Und das ist Geschichtsvergessen der Weißen Rose.